Das Wort erhält Herr Abg. Richter, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Staatsminister Beuth, ich bin eigentlich wirklich sprachlos nach dem, was Sie gesagt haben. Ich habe gesagt, Sie sollten schon ein bisschen politisch die Ahnung haben, was ein Politiker sagt, eigentlich sprachlos, weil Sie erst einmal gesagt haben, was gut ist für dieses Land. Das, was Sie eben gesagt haben, wenn man sich das vor Augen führt, das kann nicht gut für das Land sein. Ich gehe auch von dem Wort Feldversuch weg, ich gehe zu dem Wort Feldexperiment. Sie haben hier eben von Staatshaftung gesprochen. Das, was hier stattfindet, ist neu. Das wurde diskutiert. Ich bin auch absolut dankbar für die Aussage. Ich bin absolut dankbar für die Aussage. Diese Ehrlichkeit ist es, die es notwendig macht, dass wir darüber diskutieren. Herr Präsident, ja, genau. Jetzt ist es mit der Staatshaftung hier so öffentlich geworden, dass die Öffentlichkeit es erfährt, dass die Öffentlichkeit weiß, dass die Risiken nicht die Firmen bezahlen. Herr Frömmrich, wissen Sie, Herr Frömmrich, meine Damen und Herren, der Kollege Richter hat das Wort. Ich bitte doch auch bei den Zwischenrufen, das zumindest in der Lautstärke zivilisiert zu machen. Bitte sehr. Herr Frömmrich, wissen Sie, es mag ja sein, was das Informieren angeht, dass Sie recht haben. Das andere daran ist aber, dass es die Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen hat. Deswegen sage ich das hier noch einmal und gehe. Herr Frömmrich, was regen Sie sich denn so auf? Meine Damen und Herren, ich greife jetzt noch einmal ein. Ich hatte am Anfang der Sitzung gesagt, wir wollen uns bemühen, heute in einen vernünftigen Ablauf zu kommen. Wir sind jetzt schon wieder erheblich hinter der Zeit. Ich bitte darum, dass wir uns bei den Debatten doch so verhalten, dass das einem parlamentarischen Verfahren genügt. Das ist meine herzliche Bitte. Auch bei den Zwischenrufen bitte ich, das zurückhaltend zu machen. Danke, Herr Präsident. Also, Staatshaftung. Was bedeutet das? Darüber muss man sprechen. Das Risiko ist damit komplett von den Firmen weggenommen. Wenn es entsprechende Nebenwirkungen gibt, geht es damit los, dass Menschen Autoimmunerkrankungen bekommen, dass die Krankenkassen sich das Geld über den Staat wieder zurückholen. Ich weiß nicht, ob die 12 Milliarden € dazu, wenn wir Pech haben, reichen. Ich wünsche diesem Land, dass die Hoffnung, die Sie hier reinsetzen, auch wirklich so bewahrheitet werden. Ich sage das hier nicht aus Juxensollerei. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Aber dass man dieses Risiko einfach abwälzt und dass die Firmen sagen, ihr seid raus aus dem Risiko, kann man sagen. Staatshaftung ist so. Wenn Staatshaftung nicht übernommen wird, ist das eine eindeutige Aussage. Sie nennen dieses Projekt Ärmel hoch. Ich weise noch einmal darauf hin, was ich zur Regierungserklärung gesagt habe. Bitte, bitte, bitte weisen Sie auf die Nebenwirkungen hin. Denn ich glaube tatsächlich, dass es in der Zeit sehr eng wird. Denn das, was Sie hier sagen, was Impfstraßen angeht, ist mehr oder weniger Akkordarbeit mit Patienten, ist Akkordarbeit im medizinischen Bereich. Es belastet nicht nur die Patienten. Es belastet im erheblichen Maß die Ärzte, wenn sie in kurzen Durchläufen immer das Gleiche vorsagen müssen, immer das Gleiche erzählen müssen, sich die Leute anschauen müssen. Das ist eine wahnsinnige Belastung für alle Beteiligten. Ich weiß auch nicht, ob Sie das Personal dafür bekommen und ob das nicht auch dann woanders fehlt. Wenn Sie diese Ärzte durchimpfen und es zu Nebenwirkungen kommt, bei diesen Ärzten, dann fällt Ihnen wirklich die Ärzteschaft ebenfalls zu einem großen Teil aus. Bitte denken Sie daran. Meine Hoffnung liegt dabei. Aber die Sorge dürfen Sie doch der Opposition nicht absprechen. Wir müssen doch die Sorge und die Ängste der Menschen hier formulieren. Das ist doch unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es doch nicht, in diese Jubelarien einzutreten oder zu sagen, wenn diese Regierung hier behauptet, jeder, der etwas anderes sagt, ist im Prinzip mehr oder weniger böse. So geht das nicht. So kann man nicht demokratisch arbeiten. Also bitte achten Sie sehr darauf, was die Nebenwirkungen dieses Projektes angeht. Vor allen Dingen achten Sie sehr darauf, dass das mit der Staatshaftung uns nicht komplett überfordert. Danke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich lasse mich nicht provozieren, um jetzt doch noch anzufangen zu raufen. Aber ich will Ihnen, Herr Richter, wenigstens erklären, damit es nicht falsch hier im Raum stehen bleibt, worum es bei der Frage der Staatshaftung ging. Es ging um die Frage der Mangelressource Ärzte. Und wir haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung und mit der Ärztekammer uns über die Frage unterhalten, wie werden die Ärzte in den Impfzentren beschäftigt. Und da kommen vielerlei Fragen auf. Wenn ein Arzt seine Praxis zuschließen muss zum Beispiel, um halt vier Stunden in ein Impfzentrum zu gehen, wird das vergütet? Das ist eine Frage. Habe ich eben erklärt. Haben wir uns geeinigt, dass wir dort einen angemessenen Betrag gegenüber den Kommunen vergüten werden, die ja die Anstellung übernehmen. Die zweite Frage, die entscheidend war, war die Frage der Haftung. Was ist bei dem Arzt? Was bleibt an dem Arzt, der jetzt für vier Stunden in ein Impfzentrum kommt, hängen? Und da ging es um die Frage, wer haftet in irgendeiner Form für einen Fehler, den der Arzt gemacht hat. Und da ist es, wenn der Angestellter eines Dienstleisters ist, der für die Kommune tätig ist, der Dienstleister, der haftet. Und in dem Fall, in dem er beim Landkreis so angestellt ist, Honorarvereinbarungen hat, oder was auch immer, haben wir gesagt, ist er ein Verwaltungshelfer. Und dann haftet der Staat dafür, damit er nicht selbst dafür haftet. Um diese Frage ging es eben bei der Frage der Staatshaftung. Mir ist noch einmal der Hinweis gegeben worden, ich sollte es noch einmal erklären, damit es nicht falsch im Raum stehen bleibt. Um diese Frage geht es bei dem Thema Staatshaftung. Herr Minister, es gab den Wunsch auf eine zusätzliche Frage. Herr Minister, danke für die Möglichkeit, diese Frage zu stellen, weil in der Tat ist es wichtig, dass wir jetzt hier Klarheit schaffen. Und zur Frage der Staatshaftung, jetzt bezogen auf die Impfstoffhersteller. Sind Sie der Überzeugung, dass überhaupt irgendein Unternehmen ohne diese Staatshaftung auch für die Impfstoffherstellung bereit gewesen wäre, dieses verkürzte Zulassungsverfahren zu durchlaufen? Herr Minister. Also die normalen Regeln der Einführung eines solchen Impfstoffes, die werden auf einer ganz anderen Ebene sozusagen geführt. Am Ende wird ein Impfstoff zugelassen und jetzt seien Sie mir nicht böse, da das für uns bei der Frage der Durchführung der Haftung nicht die erste Rolle spielt, kann ich Ihnen nicht sagen, wie zwischen den einführenden Instituten, den Unternehmen usw. Haftungsfragen geregelt sind. Aber eins ist klar, es gibt ein geregeltes Verfahren für die Zulassung von Impfstoffen. Ich habe das eben genannt, Rolling Review, irgendwie so heißt es, so heißt dieses Verfahren, in diesem beschleunigten System. Das geht aber nach den normalen Regeln der Zulassung eines Impfstoffes. So, und dafür wird es auch in irgendeiner Form eine, ich sage mal, im Hintergrund irgendwelche Haftungsfragen zwischen dem Hersteller und den Zulassungsinstituten in irgendeiner Form geben. Was aber ganz sicher ist, wenn der Impfstoff zum Einsatz kommt, dann werden auch die normalen Regeln, die ja ansonsten gelten, gelten. Nämlich die Frage der Nebenwirkungen usw. werden natürlich sozusagen betrachtet werden. Dafür ist der Arzt in der Impfstraße, dass er sich in einem Gespräch mit dem zu Impfenden darüber auseinandersetzt, welche Vorerkrankungen hat er, welche Medikamente nimmt er usw. Ich bin kein Mediziner, aber das ist sozusagen der Kern am Ende dessen, was die Ärzte dort zu bewältigen haben. Dort wird selbstverständlich auch auf Fragen der Nebenwirkungen eingegangen. Niemand wird jemanden impfen, bei dem man vorher weiß, dass er den Impfstoff nicht verträgt, weil es eben gewisse Unverträglichkeiten ganz offensichtlich auch bei diesen Impfstoffen entsprechend gibt. Also, insofern seien Sie dort sicher, dass dieses Zulassungsverfahren, das nicht in unserer Hand liegt, dass das auf der Bundesebene in einem beschleunigten, aber in einem geordneten Verfahren geschieht. Es gibt sozusagen keinen Grund, dort nach meiner Einschätzung zumindest das große Zweifel zu ziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin dem Innenminister sehr dankbar, dass er das hier noch einmal deutlich gemacht und klargestellt hat, was das mit der Art der Staatshaftung zu tun hat. Denn an diesem Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, merkt man wieder die Art und Weise, wie AfD Politik macht. Hier wird ein Thema in den Raum gestellt. Dann wird am Punkt der Staatshaftung ein Bild gemalt, dass der Staat jetzt für die Unternehmen, die die Impfstoffe herstellen, dafür Verantwortung tragen, für Unsicherung bei den Menschen herstellen. Das ist die Art und Weise, wie AfD in diesem Hause und in der Bundesrepublik Politik macht. Davon leben Sie ja. Davon leben Sie ja. Von dieser Art der Politik leben Sie ja. Gauland hat das ja gesagt. Gauland hat ganz deutlich gesagt, wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es der AfD gut. Das ist alles, was Ihr Prinzip der Politik macht. Die Menschen in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen, setzen sehr viel Hoffnung daran, dass wir mit einem Impfstoff diese Pandemie beenden. Denn es geht tief in die Familien. Alte Menschen können nicht mehr besucht werden, müssen zu Hause bleiben. Es ist wirklich eine Art und Weise, wie diese Pandemie in das Leben der Menschen eingreift, dass viele Hoffnungen in diese Impfstrategie gesetzt werden und viele Hoffnungen in das Impfen der Menschen gesetzt werden. Die AfD ist auch über die Frage der Staatshaftung informiert worden. Es gab, glaube ich, eine Schalte mit den Fraktionsvorsitzenden, wenn ich das richtig sehe, wo der Ministerpräsident, glaube ich, sogar genau diesen Punkt lang und ausführlich, wie Frau Kollegin Wissler gerade erklärt, dargelegt hat. Es ist geradezu eine Unverschämtheit, wenn Sie sich dann hierhin stellen, Herr Richter, und so tun, als seien diese Informationen bei Ihnen nicht angekommen. Sie belügen die Öffentlichkeit absichtlich. Ich finde, Sie sollten hier auch einmal die Frage klären und den Menschen draußen im Lande sagen, was Sie denn nun eigentlich wollen. Wollen Sie als AfD eine Impfung für die Menschen haben, oder wollen Sie, dass die Menschen nicht geimpft werden? Nein, Sie sollten hier einmal erklären, ob Sie die Chance, die jetzt besteht, nutzen wollen, oder ob Sie diese Chance nicht nutzen wollen. Also einmal Butter bei den Fischen. Das ganze Prinzip ist so durchschaubar, die Politikstrategie, die Sie hier verfolgen, Unsicherheit bei den Menschen zu schüren, zu versuchen, auf diesen Unsicherheiten ihre Argumentation aufzubauen, damit Wählerstimmen zu generieren. Wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut. Aber wir lassen Ihnen dieses Prinzip in diesem Hause nicht durchgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Jetzt kommt der Kollege Lambrou, Vorsitzender der Fraktion der AfD. Dann können wir vielleicht einmal zum Abschluss bei dem ersten Punkt kommen. Heiterkeit und Beifall SPD und Freie Demokraten und Freie Demokraten und Freie Demokraten und Freie Demokraten Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Das geht ja wieder sehr vorweinerlich zu. Das ist ein schöner freudscher Versprecher, denn Herr Frömmrich teilt in gewohnter Weise aus wie Knecht Ruprecht und hält es damit auch nicht so genau mit der Wahrheit. Ich weise den Vorwurf, dass wir hier Lügen entschieden zurück, Herr Frömmrich. Schauen Sie, was ich hier wahrnehme und warum Sie hier so dünnhäutig und allergisch reagieren, wenn die AfD auch nur einmal den Menschen in diesem Land eine Stimme gibt, die das mit den Impfungen durchaus kritisch sehen, liegt daran, dass diese ganze Strategie, die die Regierung jetzt hier verfolgt, die sie sagt, nach dem Motto Ärmel hoch erfolgt, in Wirklichkeit das Motto All in trägt. Sie hoffen darauf, und ich bin da bei Ihnen, dass diese Impfstoffe die Lösung für die Bewältigung der Pandemie sind. Wir sagen auch nicht, dass wir gegen die Info sind, um das noch einmal ganz klarzustellen. Wir weisen auf Risiken hin, und die Art und Weise, wie allergisch Sie hier darauf reagieren, zeigt, dass Sie sehr wohl um die Risiken wissen, und Sie thematisieren diese so ungern, weil Sie möchten eine Impfquote von 60 % plus x erreichen. Und Sie wissen, dass wenn Sie in eine ernsthafte Debatte eintreten, dass es durchaus nennenswerte Risiken gibt bei dieser All-in-Strategie, dass Sie diese Quote eventuell gefährden. Es gibt aber viele Menschen, die möchten, bevor Sie die Entscheidung treffen, ob Sie sich impfen lassen oder nicht, mehr über die möglichen Nebenwirkungen wissen. Und Volker Richter, meine Damen und Herren, ist in diesem Parlament derjenige Abgeordnete gewesen, der diese Pandemie als allererster auf dem Schirm hatte. Das bitte ich auch einmal zu würdigen. Im Januar 2020 hat sich eine einzige Fraktion mit dem Pandemiethema beschäftigt, und das war die AfD. Wir waren die Einzigen, die bereits im Januar kleine Anfragen zu dem Thema gestellt haben. Und die gingen in die Richtung, es gibt einen Pandemieplan. Hat die Hessische Landesregierung hier alle Schutzmaterialien vorrätig, die im Pandemieplan vorgeschrieben sind? Die Antwort war nein. Und wir haben im Januar schon gefragt, was will die Landesregierung dafür unternehmen, dass diese Lager aufgefüllt werden. Wenn Sie die ersten acht Wochen diese Pandemie nicht verharmlost, verschlafen hätten, dann stünden wir jetzt erheblich besser da in Hessen. Darüber wollen Sie nicht mehr sprechen, und Sie begehen jetzt wieder denselben Fehler, anstatt dass wir eine ernsthafte, sachliche Debatte führen, welche Risiken es gibt. Versuchen Sie, das abzuwürgen. Versuchen Sie, das zu stigmatisieren, uns wieder in eine Ecke zu schieben. Und ich sage Ihnen, dass hinter unseren Wortmeldungen eine ganze Menge Menschen in Hessen stehen, die das ähnlich kritisch sehen, und Sie werden sie nicht einfach so abbügeln können. Sie scheitern ja bis heute daran, in Bussen und Bahnen mal zu definieren. Volker Richter hat eben darauf hingewiesen, was für Masken zum Einsatz kommen sollen. Da gibt es nämlich durchaus Unterschiede zwischen einfachen Masken und FFP2- und FFP3-Masken. Das ist eine wenig durchdachte Strategie, die wir hier immer wieder erleben. Und das Ganze können wir zusammenfassen, diese All-in-Strategie und diese Dünnhäutigkeit, wenn mal hier jemand auf Risiken hinweist, mit einem Wort, weshalb die AfD gegründet wurde. Sie versuchen hier wieder etwas durchzusetzen mit den Worten, das ist alternativlos. Nein, meine Damen und Herren, es gibt immer Alternativen im Leben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lambeau. Meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich doch etwas wieder. Sie können ja anderer Meinung sein wie der Redner, aber Sie müssen ihm schon die Möglichkeit geben, seine Meinung vorzutragen. Da sind Sie bitte so lieb. Das gilt für alle in diesem Hause. Und jetzt hat die Frau Kollegin Dr. Sommer das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich ganz herzlich mich bedanken bei Herrn Minister Beuth, der nämlich hier sachlich vorgetragen hat, wie es tatsächlich aussieht, der noch einmal vielleicht die eine oder andere Frage, die im Gesundheitspolitischen Ausschuss noch einmal vielleicht debattiert werden muss, jetzt nicht berücksichtigt hat, aber die großen Linien doch noch einmal aufgezeigt hat. Und dafür können wir alle dankbar sein. Und ich möchte auch noch einmal sagen, danach hätte die Diskussion einfach beendet sein können. Und Sie klatschen. Und Sie klatschen. Ja, aber Sie müssen sich schon einmal, die AfD muss sich schon einmal entscheiden, gibt es das Coronavirus oder gibt es das nicht? Also, ich verstehe Ihre Doppelmoral nicht. Mit wem haben wir diskutiert, ob wir Masken im Landtag tragen oder nicht? Wir waren uns, glaube ich, als demokratische Parteien alle einig, dass wir Masken tragen. Wer sind diejenigen, Herren Abgeordneten, die in Berlin auf der Demo ohne Maske bei den Menschen stehen und sich hier unten vor jedem Ausschuss und vor jeder Plenarsitzung auf Staatskosten testen lassen, das müssen Sie einfach ertragen. Das müssen Sie aufklären. Also, das geht nicht. Das ist Doppelmoral. Sie müssen sich schon einmal entscheiden. Und da, meine Damen und Herren, hat Herr Frömmrich recht, wenngleich ich mir gewünscht hätte, dass wir einfach die Diskussion sachlich hätten beenden können. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Ich habe dem Haus entnommen. Sie haben alle geklatscht, mit allen der Meinung gewesen wäre, dass die Debatte beendet sein könnte. Hätten wir sie auch beenden können. Aber das ist das freie Recht des Parlaments. Das freie Recht des Parlaments zu diskutieren. Jetzt sind wir am Ende der Debatte. Zum ersten Tagesordnungspunkt, den wir hier behandelt haben, wird vorgeschlagen, den Vorgang in den Fachausschuss zu überweisen. Da gibt es keinen Widerspruch. Am Schluss sind wir wieder einig. Wir sehen uns. Erstens.